Hi meine Lieben, ich dachte euch, ich nehme euch mal so ein, zwei Tage mit auf meine Arbeit, damit ihr mal so ein bisschen einblick habt, was ich so mache. Versteht das, dass ich nicht den ganzen Laden zeige, sondern nur das, was ich aktuell an den Händen und an den Augen und so mache. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Ich rede jetzt gar nicht lang, sondern schaut einfach mal rein und... Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.